ein Newsflash der Woche, in dem der S&P 500 wieder ein neues All-Time-High erreicht, zumindest voraussichtlich, und der Nasdaq auch kurz davor steht, ein neues All-Time-High zu erreichen. Ich möchte in diesem Video euch ein paar News zu meinen Aktien abgeben, die bei mir entweder im Depot liegen oder auf der Watchlist. Wir schauen uns Alphabet, Mercado, Libre, Block, Thunderfull, CrowdStrike und Nvidia an. Und fangen wir doch direkt mit CrowdStrike an. CrowdStrike hier im Aktienkursverlauf. Wir sehen, wir hatten hier kurzzeitig eine deutliche Korrektur im Aktienkurs in dieser Woche erlebt. Die Frage ist, was hat es hier auf sich? Denn wir hatten kurzzeitig tatsächlich so um die 15% verloren, wurde relativ schnell aufgekauft. Nein, es waren keine Quartalszahlen dafür verantwortlich. Wir sehen hier, die sind erst im März fällig, genauer gesagt am 5. März kommen die Quartalszahlen von CrowdStrike. An diesem Tag sind jedoch die Quartalszahlen von Palo Alto, dem Konkurrenten, ich sage mal so ein bisschen dem alten Tech-Konkurrenten von CrowdStrike, die sind rausgekommen und Palo Alto konnte hier nicht tatsächlich gut überzeugen. Also die Quartalszahlen waren nicht schlecht, aber der Ausblick war dafür eher bescheiden. Die Aktien von Palo Alto Network sind hier dann im Endeffekt um 20% korrigiert. Und CrowdStrike hat sich gedacht, hey, das Ganze nehmen wir doch auch mit und wir gehen ebenfalls in die Korrektur. Wir merken hier insgesamt, ja muss man schon schauen, dass CrowdStrike hier sehr, sehr heiß gelaufen ist die letzten Wochen. Wir sind an einem deutlich überkauften Territorium und jede negative News werden hier natürlich sofort doppelt und dreifach aufgenommen und führen dann eben zu negativen Kursreaktionen. Wenn also demnächst die Quartalszahlen anstehen und wir erleben einen ähnlichen Ausblick wie bei Palo Alto, dann dürften wir hier tatsächlich mal vielleicht in eine gesunde Korrektur reinkommen. CrowdStrike ist bei mir im Depot. Meine Position ist noch nicht so groß, wie ich sie gerne hätte, aber es gehört bei mir definitiv mit zu den Top-Gewinnern. Ich würde die Aktie definitiv nochmal ausbauen, wenn wir hier tatsächlich nochmal eine größere Korrektur reinkommen. Denn wir sehen ja, CrowdStrike ist der Technologieleader hier einfach im Bereich der Endpoint-Security-Plattformen. Und wir merken auch in den letzten Tagen, letzten Wochen immer wieder, wie wichtig es ist, auch für die Unternehmen, für eine sichere, für Sicherheit im eigenen Netzwerk zu sorgen. Und deswegen hier CrowdStrike einfach vorne der Leader. Aber von der Marktbewertung her, ja, die ist schon knackig. Vor allem, wenn wir hier sehen, gut auf das KGV und so, brauchen wir erstmal nicht achten. Wenn wir jetzt einfach mal auf das Cash uns beziehen, auf die Cash-Generierung, dann ist das zur Bewertung, die man aktuell hat, schon recht knackig. Und dazu kommt nochmal eine deutliche Ausschüttung von neuen Aktien. Insgesamt für mich also zwar eine mega geile Aktie, aber immer noch recht teuer, trotz dieser Korrektur, die jetzt wieder sehr schnell aufgekauft wurde. Idealerweise sehen wir hier mal hier wieder irgendwann tatsächlich wieder 30, 40 Prozent Korrektur. Dann könnte es vielleicht wieder interessant werden. Die nächste Aktie, die auch einen ähnlichen Run hatte, ist Mercado Libre. Bei mir nicht im Depot, aber auf der Watchlist. Wir sehen auch hier vom Tief bis jetzt geradlinig nach oben gegangen. Und auch die haben jetzt in dieser Woche eine Kurskorrektur gesehen. Bei Mercado Libre standen aber tatsächlich die Quartalszahlen auf dem Schirm. Und wenn wir hier drauf blicken von TradingView, oh, dann scheinen die tatsächlich sehr schlecht ausgefallen zu sein. Aber Achtung, hier sind auch einige Einmaleffekte, vor allem aus steuerlichen Perspektiven mit drin. Deswegen ist diese Kurskorrektur auch relativ schnell wieder zum Teil aufgekauft worden. Intraday mäßig direkt um 4 Prozent dann wieder hochgegangen. Zumindest ein Teil des Abschlages hier mitgenommen. Wir sehen aber hier, wenn wir auch auf den Weekly Chart gehen, ja, das ist wie gesagt geradlinig geht es hier einfach Stein nach oben. Und wenn wir hier auch einfach mal im RSI wieder ein bisschen zurückkommen, könnte man hier sich überlegen, tatsächlich Mercado Libre ins Depot sich zu legen. Von der Bewertung sind sie deutlich günstiger als zum Beispiel CrowdStrike. Aber man muss halt auch hier sagen, das Wachstum muss eben für die nächsten Jahre weiterhin gegeben sein, damit Mercado Libre auch weiterhin im Aktienkurs steigen kann. Wir sehen auch die Analysten rechnen tatsächlich mit einem Wachstum für die kommenden Jahre. Und ganz schön eben bei dieser Aktie ist nicht nur, dass die Umsätze wachsen, sondern auch die Margen wachsen mit. Und das ist eben etwas, was man auch als Aktionär grundsätzlich sehen will. Wer hier vor allem auf den lateinamerikanischen Markt setzen will, für den bietet sich Mercado Libre definitiv an. Wichtig ist vor allem hier, dass die drei großen Wirtschaftsräume in den lateinamerikanischen Ländern Brasilien, Argentinien und Mexiko eben auch in den nächsten Jahren Vollgas geben. Das zeichnet sich durchaus ab. Ich meine, Brasilien mit seinen gigantisch großen Ressourcen, seiner sehr großen Bevölkerung, sehr starken demografischen Struktur Mexiko lebt hier so ein bisschen den Traum, China komplett abzulösen, vielleicht im nordamerikanischen Raum und der wichtigste Handelspartner von den USA zu werden, beziehungsweise sind sie ja schon, aber hier tatsächlich immer mehr China zu ersetzen und dann entsprechend wirklich Kapital aus den USA anzuziehen und hier ebenfalls enormes Wachstum zu generieren. Und Argentinien, ja, mit ihren sehr libertär eingestellten neuen Präsidenten, wenn die tatsächlich mal ihr Potenzial ausschöpfen, was sie als Land haben, dann könnte das zum einen für Argentinien sehr gut sein und zum anderen natürlich auch für die Mercado Libre Aktionäre. Kommen wir dann zur dritten Aktie für den heutigen Tag, Thunderfull. Thunderfull bei mir im Depot und wir sehen auch hier, ja, die sind mit den Quartalszahlen schon ein bisschen im Voraus rausgekommen. Wir haben gesehen, die waren nicht ganz so gut. Vor allem, was uns als noch als Zahl gefehlt hat, war der Cashflow, den man jetzt auch bekommen haben und ich muss sagen, er ist etwas schwächer, als ich erwartet habe. Tatsächlich, aber insgesamt ist das Unternehmen, wenn man mal jetzt wirklich unterm Strich jetzt einfach mal das Fazit zieht, nach dem Jahr 2023, wir haben ja ein Unternehmen, das durchaus sehr profitable Geschäftszweige hat. Ja, wir sehen hier operativen Cashflow, der um die 200 Millionen schwedische Kronen beträgt und diese kommen eben vor allem aus dem Distributionsarm und das Unternehmen, jetzt vielleicht auch gleich mal hier rüber blicken, mal zu Marketscreener. Ja, wer das Unternehmen bisher noch nicht gesehen hat, das ist die tatsächliche Bewertung, wie wir sie aktuell haben, also wirklich extrem geringe KWVs, Book Values und so weiter. Also scheinen auf den ersten Blick massiv unterbewertet zu sein, aber man muss hier eben eins beachten, sehr kleines Small Cap Unternehmen. Die Bewertung ist gerade mal auf dem Niveau des operativen Cashflows, aber man sieht auch, man ist zum einen überschuldet, muss die Schulden also in den nächsten Jahren begleichen und man hat zudem noch so ein paar kleine Schwierigkeiten aus der Vergangenheit, indem man beispielsweise sehr viele Gaming-Studios übernommen hat und dann diese Schulden ebenfalls begleichen muss. Was hier aber sehr positiv ist, jetzt auch im Q4 ist, dass eben, weil es eben in vielen Gaming-Studios, die man übernommen hat, vielleicht nicht ganz so gut läuft, weil es also auf der einen Seite eher schlecht ist für den Cashflow, ist es auf der anderen Seite gut, denn dann sind diese ganzen Irrnauts, die man an diese ehemaligen Eigner bezahlen muss, reduzieren sich dann dementsprechend mit und man entschuldet sich dann im gleichen Zuge entweder, wenn es sehr gut läuft, dann generiert man Cashflow und kann dann eben die Schulden zurückzahlen oder wenn es eher schlecht läuft, dann reduzieren sich die Verbindlichkeiten gegenüber diesen alten Unternehmenseignern. Man muss hier aber entsprechend eben reingehen in die Aktie und sagen, hey, die ist sehr risikoreich, sie hat aber auch enormes Potenzial eben aufgrund dieser sehr geringen Bewertung. Wenn es dem Unternehmen gelingt, in den nächsten zwei Jahren sich einigermaßen zu entschulden, auf stabile Beine zu stellen und die Geschäftsbereiche abzuschneiden, die eben nur Cash verbrennen, vor allem hier auch auf die Gaming-Studios ein bisschen eingeblickt, also oben kommt einiges raus, man investiert aber auch sehr vieles, was im Moment noch keine großen Wirkungen zeigt. Kosteneinsparungsprogramme laufen und ich werde weiterhin an der Aktie beibehalten und ich werde euch auch in den nächsten Monaten einige Infos geben. Die Verlängerung der Kooperation mit Nintendo scheint auch direkt vor den Türen zu stehen, also direkt vor der Unterzeichnung zu stehen. Auch das wird ein sehr positives Signal. Und weil ich auch gefragt wurde, ja, wie sieht es aus, weil jetzt Nintendo eben die Switch 2 erst voraussichtlich im ersten Quartal 2025 einführen wird. Wie wirkt sich das auf Thunderfull aus? Natürlich ist das schlecht, wenn man das Weihnachtsgeschäft nicht mitnimmt und wenn es ein Quartal länger dauert, dann ist es auch nicht so super für Thunderfull, vor allem, weil sich dann das nächste Weihnachtsgeschäft wieder relativ casharm zeigen sollte. Aber insgesamt dürfte es das Unternehmen nicht deswegen bankrott gehen, weil jetzt die Switch zwei, drei Monate später kommt. Und trotzdem ist es natürlich hier weiterhin so ein bisschen auf Messerschneide und eben, wie gesagt, hohe Chance bei hohem Risiko. Ich behalte die Anteile, die ich im Moment habe, trotzdem weiterhin. Es ist aber auch keine riesige Position bei mir im Depot. Nächster Punkt ist Google bzw. Alphabet. Und wir sehen hier, ja, eigentlich vom Aktienkursverlauf ist nicht besonders viel passiert. Es sind auch keine Quartalzeilen angestanden. Die letzten Quartalzeilen liegen schon ein bisschen zurück, waren okay. Okay, wir haben aber dennoch einige hier Produkte von Google gesehen, die deutlich in die Schlagzeilen gekommen sind. Hier zum Beispiel bei Bloomberg über, ja, wie ich es auch schon im letzten Video euch gezeigt habe, vor allem über Gemini. Ja, Googles neue Mega-Plattform, die Chat-Chip-IT-Konkurrenz machen sollte und die vor allem wieder zeigen sollte, wie gut Google aufgestellt ist im Bereich künstliche Intelligenz. Und es ist ordentlich auf die Bretter gegangen. Wir können mal zu Twitter rübergehen. Und Twitter ist einfach voll von den ganzen Memes, die es jetzt hier entsprechend auch auf Google Gemini abgezielt haben. Das ist wieder ein Beispiel. Google Gemini zeigt mir mal einfach Bilder von griechischen Kriegern. Ja, man merkt schon, geht nicht unbedingt in die richtige Richtung. Und es gibt eben den Meme, man kann versuchen, was man will. Man bekommt Gemini nicht dazu, weiße Personen, ja, Bilder von weißen Personen einfach zu generieren. Und man muss schon sagen, ja, man kann es ein bisschen belächeln oder sagen, ja, ist halt witzig. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich dann hier auch Personen, wie zum Beispiel Elon Musk. Der hat natürlich einen riesen Fressen dran gefunden. Und hier wird auch schon spekuliert, inwieweit hier Elon Musk vielleicht sich daran versuchen wird, eine Such-Engine einzurichten, die jetzt Google Konkurrenz machen soll. auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wird auch gemunkelt, dass hier Elon Musk bzw. X als Plattform auch versuchen wird, auch eine eigene E-Mail-Basis aufzustellen. Also hier eben ganz interessant. Und hier hat Elon Musk auch definitiv Gefallen gefunden, entsprechend hier ganz viel, ja, das Ganze, das Thema einfach deutlich zu kommentieren. Und wir müssen sagen, ja, man kann jetzt sagen, das ist jetzt kein großer Weltzusammenbruch für entsprechend jetzt für Google, ja, das kann man durchaus patchen und das kann man durchaus korrigieren. Aber man muss halt hier entsprechend am Ende auch sagen, hey, wieso bin ich Google Aktionär? Ich bin, oder grundsätzlich, wieso ich bin ich Aktionär? Und ich bin Aktionär, weil ich von den Unternehmen die bestmöglichen Produkte haben will. Und wenn ein Unternehmen dann nicht mehr das Ziel hat, die bestmöglichen Produkte herzustellen, sondern irgendwie das Hauptziel irgendwelche politischen Ziele sind, wie es eben von ganz, ganz viel höheren Management bei Google jetzt mittlerweile tatsächlich der Fall ist und immer mehr rauskommt, dann muss ich sagen, ob das eben das richtige Unternehmen für mich ist, um hier rein zu investieren. Jetzt ganz werteneutral, politisch werteneutral, egal ob rechts oder links, wenn ein Unternehmen eben nicht mehr an der Nutzenmaximierung interessiert ist, sondern irgendwelche politischen Ziele verfolgt, dann hat das irgendwann langfristig den Effekt einer Non-Profit-Organisation. Für mich ist es wichtig als Aktionär, dass die Unternehmen maximal nutzenorientiert sind und nutzenorientiert handelt. Und im Endeffekt ist es so, dass Google hier oder Elphabet tatsächlich eine recht günstige Bewertung hat. Aber so wird man eben meiner Ansicht nach das KI-Rennen eben nicht gewinnen. Mehr Infos dazu, aber einfach mal im letzten Video, was ich jetzt oben rechts einblende. Gehen wir jetzt aber zunächst einmal zu Square rüber. Totgeglaubte leben länger und so auch Square, die jetzt wieder heute einen sehr, sehr schönen Tag hatten mit 18% Kursanstieg, beziehungsweise Square, falsch ausgesagt, die heißen ja mittlerweile schon seit einiger Zeit Block. Und wir sehen hier tatsächlich, je nachdem, wie man hier auch die Trendlinien so ein bisschen einzeichnen möchte, aber es scheint schon so, dass hier tatsächlich jetzt auch Block, wenn man jetzt diesen Kursverlauf halten kann, tatsächlich mal diesen Abwärtstrend durchbrechen konnte, den man zumindest hier seit August 2022 aufgebaut hatte. Und hier dieser Ausbruch nach oben, vielleicht sogar noch über die 83 US-Dollar, wären schon aus charttechnischer Sicht ein positives Signal. So, was ist passiert? Nun, man muss hier sagen, auch hier lagen die Quartalszahlen vor. Also, wenn man hier mal rüber geht und die waren jetzt auch hier auf diesen Blick jetzt gar nicht so mega stark. Also, man konnte zwar überall so ein kleines bisschen was schlagen, aber tatsächlich dieser ganz große Effekt, da kommt eher daraus, dass der Ausblick für das nächste Quartal deutlich, deutlich besser war, als der Markt erwartet hat. Und eben dadurch diese Fantasie wieder reinkommt. Square, beziehungsweise Block, kommt wieder ins Wachsen, ja, kommt wieder in den Wachstumsmodus rein. Und hier wurde eben dieser Ausblick für das nächste Quartal sehr positiv aufgenommen. Also, vor allem, vielleicht kann sich hier auch vor allem das PayPal-Management ein bisschen was abschneiden. Die haben ja auch relativ gute Quartalszahlen herausgebracht, haben aber den Ausblick sehr, sehr konservativ gestaltet. Und bei PayPal hat eben der Aktienkurs nicht so gut reagiert. Vielleicht zeigt hier das Square-Management so ein bisschen zu PayPal, wie man das Ganze richtig macht. Von der Bewertung, wenn man mal zu Block rüberschaut, ja, was sehen wir hier? Tatsächlich recht starke Cash-Renditen, aber eins sei es hier eben auch wichtig zu erwähnen, die Ausschüttung der neuen Aktienanzahl, die muss vor allem auch deutlich reduziert werden, beziehungsweise man muss das Ganze hier auch entsprechend aktienneutral mit der Verbesserung rechnen. Dennoch von der Bewertung her, wenn das Wachstum zurückkommt, definitiv interessant wieder. Was auch interessant ist und auch relativ günstig wirkt, Überraschung, Nvidia. Ja, tatsächlich, Nvidia hier aktuell trotz massiven Kursanstieg, den wir hier sehen, auch schon seit Wochen und alle Schlagzeilen drehen sich nur noch um Nvidia und Nvidia hält als einziges Unternehmen irgendwie noch den Markt. Oben ist Nvidia immer noch günstig, obwohl es hier schon diese massive Rallye hat. Wie kommt das Ganze nun zustande, dass man hier auch trotz dieses massiven Anstiegs, den man über die letzten Wochen gesehen hat, dennoch hier irgendwie, ich sag mal, recht okay bewertet ist, auch mit Cashrenditen so um die drei, vier Prozent, zumindest für die kommenden Jahre. Wie, was hat das Ganze damit auf sich? Ja, man muss hier einfach sagen, das liegt daran, dass hier die Analysten einfach ein massives Wachstum von Nvidia auch in den kommenden Jahren erwarten. Also das Wachstum, wie groß es war, das kann man eigentlich gar nicht unterschätzen. Schaut mal vom Jahr 2023 auf 2024, also im Endeffekt, was hier vielleicht nochmal wichtig ist, der letzte Monat des Geschäftsjahres bei Nvidia ist der Januar, deswegen ist 2024 bei denen schon abgeschlossen. Aber was wir hier sehen können, ein massives Wachstum von 27 Milliarden US-Dollar auf jetzt 61 Milliarden US-Dollar und es soll fröhlich so weitergehen in den nächsten Jahren. Falls das nicht eintritt, dann dürften wir eine ordentliche Korrektur auch bei Nvidia sehen. Auf der anderen Seite ist es jetzt nun einfach mal dieser KI-Hyped und diese KI-Rally und alle Unternehmen, Microsoft, Meta und viele andere, die bauen sich einfach jetzt massive Farmen auf mit Nvidia-Chips. Die werden vollgeknallt und ihre Sprachmodelle auf der anderen Seite, aber auch viele andere Anwendungen werden jetzt einfach massiv trainiert mit den Nvidia-GPUs. Und wenn die Nachfrage nach den GPUs von Nvidia so bleibt, dann ist die Aktie, zumindest die laut Market Screener, weiterhin recht günstig. Sollte aber auch nur ein Hauch, ein Hauch von Normalität wiedergreifen, im Sinne von Normalität, dass hier die Investitionen zurückgefahren werden, dann dürfte Nvidia irgendwann wieder auch in eine Korrektur reinkommen. Aber auch hier, ich habe ja vor kurzem schon mal ein Video gezeigt, wo ich genau darauf eingegangen bin, dass eben der Markt trotzdem weiterhin erwartet, dass wir erst am Anfang dieser massiven KI-Rally stehen und die durchaus noch zwei, drei Jahre andauern könnte und dann erst irgendwann in einer Bubble endet. Also wer demnächst irgendwann von seiner Oma oder Opa angesprochen wird und gefragt wird, hey, kaufst du mir irgendwie Nvidia? Ich habe zwar noch nie von Aktien gehört, aber Nvidia klingt doch toll. Dann wissen wir alle, okay, wir sind vielleicht am Ende der Bubble. Im Moment scheint das aber noch nicht der Fall zu sein und ich muss auch hier dazu sagen, Nvidia gehört bei mir einfach zu den Top-Performern in meinem Depot. Ja, ich habe frühzeitig ein bisschen Gewinne mitgenommen, lasse aber definitiv die restliche Position, wie ich auch schon damals gesagt habe, weiter liegen. Im Moment die richtige Entscheidung. Wichtig ist jetzt nur noch eins, ersten Link unter dem Video folgen, sich 25 Euro plus eine Gratis-Aktie sichern und einfach irgendetwas einen Kommentar unter dieses Video schreiben, damit ihr an dem Gewinnspiel im Februar teilnehmen könnt, denn ich verlose dreimal 500 Euro. Vielen Dank dir fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao. Bis zum nächsten Mal.